Super, danke. Ja, ich spiele den Checkers Jam, den ich beim Summer Jam im Zoom-Zentrum auch schon gespielt habe. Und er hat mir einfach so viel gefallen, da habe ich gedacht, den bringe ich nochmal mit. Und da war ja auch so, dass ihr einfach mal ein bisschen mitmachen dürft an zwei Stellen. Die zeige ich euch einfach mit der Handbewegung. Und ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Das geht folgendermaßen, ihr dürft klatschen. Okay, das machen wir jetzt normal. Das ist der Lobos. Zusammen. Letztes Mal. Super. Beim ersten Mal macht ihr das so. Ich könnte ja mal auf meine Handbewegung achten, aber beim zweiten Mal, da kommt er bestimmt rein. Also das hat im Zoom-Zentrum auch geklappt. Das klappt bestimmt auch jetzt. Okay. Okay. Doch, ich habe genug zu fassen. Ich kann loszeln machen. Okay. geographisch. Zum Beispiel. live educators in Room Musik 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 Applaus